Hallo, herzlich willkommen beim Herd und Bus Buddy Talk. Heute mit dem Thema Klettband. Wir alle kennen die Problematik vom herkömmlichen Klettband. Ich habe zwei Rollen. Auf der einen Seite ein Hakenband, auf der anderen Seite ein Filz. Nässe, Verschmutzungen sorgen dafür, dass ich keine vernünftige Haftung mehr habe und generell ist die Haltekraft auch nicht die beste. Deswegen empfehlen wir von Herd und Bus das Klettband mit der Artikelnummer 50 260 525. Das gibt es auch in SB-Verpackung. Dann bitte hinten die Endnummer 066 anhängen. Hier habe ich den Vorteil, dass ich nur eine Rolle benötige und ich habe ein Prinzip wie bei Druckknöpfen. Das heißt, ich verbinde dieses reine Hakenband miteinander und so habe ich eine sehr hohe Haltekraft von 3,5 Kilogramm pro Quadratzentimeter, weil ich auf diesem Quadratzentimeter auch 42 Haltepunkte habe. Das ist ein sehr großer Vorteil und ich kann damit Dinge quer längs befestigen, anhängen, Werkzeug in Bussen oder auch ganz andere Dinge im Fahrzeug machen. Deswegen empfehlen wir die Buddys das Klettband von Herd und Bus.